Du bist jetzt! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dibbidi Dabbidi Du bist, du bist, du bist, du bist. Ich bin, wir alle sind heute hier für euch versammelt an diesem Tisch. Ich bin nicht alleine, ich hab Videos an meiner Seite. Moin! Ich habe Etienne an meiner Seite. Hi! Und ich habe Bianca an meiner Seite. Hallo! Und wir spielen heute Scharade in einer Version, die offenbar nur ich kenne. Die Johanna-Version. Die Johanna-Version, so kenn ich die aus dem Chorlager und ich bring die jetzt in die weite Welt hinaus. Diese traumatischen Zeiten von früher, die bringst du heute an. Ich hatte da eine gute Zeit und ich dachte, das können wir doch mal spielen. Ja, ist alles ein bisschen improvisiert, aber es ist natürlich auch Winterszeit, Erkältungszeit. Wir improvisieren und wollten euch nicht im Regen stehen lassen, dass es gar keine Folge gibt, deswegen improvisieren wir und spielen Scharade. Okay, willst du das erklären? Genau, es gibt vier Runden. Vier Runden, da fängt es ja schon mal an. Das ist offenbar normalerweise nicht so. Naja, es gibt vier Runden. Hier ist ein Behälter voller Zettel mit Begriffen. Die stecken da drin, die kennen wir auch alle. Da fängt es aber schon an. Die kennen wir schon alle. Jeder steuert quasi bei, in dem Fall habe ich die bei gesteuert, aber ich habe sie euch gezeigt. Wir alle wissen grob, was hier drin ist. Das ist übrigens die, ähm, Chipsdose, die Hauke mitgebracht hat aus Japan im Löffelmessergerbel. Es riecht wie eingepisste Hose, die ein Jahr in der Ecke lag. Das ist jetzt meine Stiftedose. Chips da. Genau, das ist jetzt meine Stifte drinne. Die sind natürlich noch köstlicher als die Chips, die da drin waren. Naja, hier auf jeden Fall sind die Zettel drinne. In der ersten Runde Pantomime, soweit so klar. Das ist typisch Scharade, ne? Ja. Kennt man es. Kennt man es. Aber im Sitz machen wir das, richtig? Ne, man kann es sich auch hinstellen. Okay, man kann es sich auch hinstellen. Zweite Runde wird es schwieriger. Alle Zettel kommen zurück in die Dose. Wir machen wieder den hier. Zweite Runde werden die Wörter erklärt, aber nur noch mit einem Wort. Ein Wort. Man darf nur ein Wort sagen. Und soweit es falsch ist, next. Raus. Mit Bindestrichen. Hier wird nicht wild geraten. Ohne Bindestriche, weil man kann ja Wörter. Ja, zusammengesetzte Substantive. Ja, Bindestriche. Ja, je nach Dudenreform würden wir parallel mit recherchieren. Die dritte Runde ist dann, also alle Begriffe wieder rein, wenn wir einmal durch sind, ist nur noch ein Geräusch. Aber keine Wortlaute, zum Beispiel Kaka oder so, sondern es muss. Nee, Kaka wäre pfff. So nämlich. Ja, da müssen wir ja gucken. Manchmal kommt es ja einfach so raus. Was jetzt? Das Geräusch oder das Kaka? Ja, richtig. Also, ja, wir müssen mal gucken, wie streng wir sind. Aber natürlich eigentlich Geräusch. Man muss ja kurz überlegen, genau. Nicht zu leichtfertig. Kurze Frage, wäre jetzt zum Beispiel, wäre das ein Geräusch? Ja. Das ist ja, das gehört so gut zusammen. Okay, das gehört zusammen. Gut, wenn ich wohl nur wissen. Das geht nicht anders. Was ja auch nicht abgesetzt. Okay, also sozusagen mit einem, was man mit einem Atemzug zeugen kann. Keine Ahnung. Und die vierte Runde, mal gucken, ob wir dazu kommen, oder ob wir merken, das funktioniert gar nicht, werdet ihr dann, je nachdem sehen, ob es eine vierte Runde gibt oder nicht, ansonsten machen wir es nicht, schneide ich raus, ist ein Gesichtsausdruck. Man darf nur noch mit seinem Gesicht dieses Wort machen. Aber es sind ja immer die gleichen Begriffe. Wir kriegen das hin. Begriffe ändern sich nicht. Wir können Insider aufbauen, wir können uns die merken, das werden wir dann sehen. Cool. Und wie viel Zeit haben wir nochmal? Eine Minute pro Team, immer hin und her, bis alle Begriffe durch sind. Wer am Ende die meisten Begriffe hat, gewinnt die Runde und wer am Ende alle Runden gewonnen hat, gewinnt diese Folge. Und zählen die schweren Runden mehr Punkte? Nein. Oder zählen die alle gleich? Das ist aber interessant. Nein, das wird ja leichter, weil wir die Wörter schon das vierte Mal haben. Aber es wird schwerer, weil du nur noch ein Geräusch machen kannst. Ja, und dann gleicht sich das aus. Dann gleicht sich das aus, weil wir die Wörter schon kennen. Okay. Okay. Wir können ansonsten auch Statistik prozentual kriegen. Ja, wir lassen da den berühmten Rocket Beans Algorithmus nochmal rüberlaufen. Bis zum Beispiel, wenn wir eine Statistik machen und irgendwas nochmal analysieren. Ja, finde ich gut. Ich hab hier Lose gemacht, weil Losen ist cool. Losen ist cool, Losen ist super. Ich bin so aufgeregt. So. Okay. Kreis. Kreis. X. X, X. Okay. Dann. Team Jung gegen Team A. Gut aussehend. So. Hallo. Ich hab gerade überlegt, in welchem Team bin ich? Also du kannst zeigen. Ja, das war sehr unheimlich. Tut mir leid. Das ist auch der Klassiker, dass man dann so oft wechselt, dass man immer falsch wird. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie der Stuhl. Sieht im Jung und gut aussehen. Ich würde aber sagen, dafür dürft ihr anfangen. Die Begriffe sind da drin. Dafür? Wofür? Dafür, dass ihr jung seid. So, ich hab. Und wenn du den Begriff erraten hast, dann auf den Ja-Stapel und wir dürfen nicht weglegen. Was? Man darf nicht weg, also wenn man nicht drauf, man muss so lange das machen, bis es erraten In der ersten Runde darf man ja ganz oft raten, bis wir es haben. Wir sind streng. Moment, wieso wir? Wir, Bianca muss doch raten. Wir als Team. Bianca rät. Okay. Das ist gar nicht verwirrend. Ich bin so gespannt. Haben wir einen Minutenteimer, liebe Regie? Das ist unglaublich bischof. Ich kann es uns auch hier mitschauen. Komplizieren. Oh. Guckt euch doch mal an. Hammer. Wir, 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 wir schauen rein, wie es wird, keine Ahnung, auf die Scharade, fertig, los. Zeit läuft. Ja, denn nicht, dass ich es lesen kann. Läuft die Zeit? Stern, Zeichen. Ja. Zeit. Ja, okay. Okay, ich kann das halt irgendwie sehen. Ja, du musst es anders halten. Okay. Lies das. Von hinten rückwärts. Warte, ich tue das, das tue ich weg, weil du hast es gelesen. Und ich mache jetzt mal, ja, drehe mich weg von der Kamera aus. Hehehe. Trinken. Wasser. Ja, Wasser. L, I, L, nein. Zwei. Ich glaube, das ist seine zweite Sache. Wasser. Gut. Flöte. Trinken. Sprübsen. Sprudeln. Sprudelwasser. Ah. Es ist wirklich einfach, wenn man die Begriffe kann. 19 Sekunden, 18. Ne, so gut sagt ihr nicht. Ne, so einfach ist es dann noch nicht. Finger, Fingerspitze. Fingerspitzengefühl. Ja. Gut. Schön, merken, merken, merken. Sechs Sekunden, einen schaffst du noch, komm. Kopf. Kreis. Kopf. Ne. Was? Nein, darf ich sagen, nicht sagen, schmeiß mir wieder rein. Das andere, was du weggelegst, hat auch gern wieder rein. Machst du zuerst, also ich. Machst du gern zuerst. Und die, die ihr habt, zählt ihr bei euch. Nehmt ihr bei euch mit rüber, die ihr richtig habt. Dann zählen wir am Ende nach. Drei Stück waren es, oder? Ja, drei. Trois. Ah, das ist ja wohl schaffbar. War doch gut. Ja. War doch gut. Hammer. So. Okay. Top. Warte, ich muss. Top, die Wette gilt. Ich kann es mal rauskriegen hier. Vogel, Flügel, Vogel, Flügel, Vogel, Baby, Mann, Vogelspitze. Vogelhaus, Vogelhaus, Vogel fliegt. Treppen. Kleiner Vogel an der Hand. Kinderwagen. Kinder, Familie, ach so, Familienoberhauptvogel. Ach, du Scheiße, oh Gott. Du hast immer gewöhnt. Stopp. Gehirn. Ja. Gehirn. Gehirnwäsche. Ja. Ich hab mir noch einen. Welt. Wassermelone. Oh, stark. Ja, stark. Hat. Druck. Waffeleisen. Ja. Alter. Unfair. Krass. Wahnsinn, richtig gut. Ja, das bricht aus hier, die. Geil. Eieiei, den hatte ich schon wieder vergessen. Ich wollte einen Insider reinmachen, klar. Eieiei, der hätte uns fast geliefert. Boah, Familienoberhauptvogel ist ein schwieriges Wort. Ist so. Ja. Okay, dann geht's weiter, zweite Runde. Ich wär lustig, wenn du Papagei gesagt hast. Soll ich ja mal machen? Auf die Plätze. Genau, Regie macht das. Du kannst jetzt einfach los. Und, go. Trinken. Äh. Also, okay. Also, du hast getanzt, du hast getrunken. Ja, Party. Ja. Ich weiß. Tanzparty. Nein. Nein. Tierparty. Warte mal. Ich weiß den Begriff nicht mehr. Ja. Ja, Katze. Ja. Kat. Nein, ich komm nicht drauf. Wie, Toss? Warte mal. Also, Katze und wir hatten Party. Mhm. Ja. Katzenparty. Nein. Scheiße. Party-Kettchen. Oh, keine Party-Kettchen. Nee. Wir machen's wieder rein. Wir machen's wieder rein, ja? Ach, wir machen's wieder rein? Wir machen's wieder rein. Gut. Wurde nicht erraten. Vielleicht kann das ja wer anders erraten. Ich hab da raten. Nee, ich kann nicht mehr drauf. Scheiße. Aber, okay. Ich werd's nicht finden. Da geht aber jetzt ein bisschen das Sauersein auf den anderen verloren, wenn man den Begriff auflöst. Das wirst du dir auch merken. Ja, ich glaub, ich werde es dann so gleich gehen. Wirst du raushören. Na gut. Okay, ich schau rein. Das tut mir leid. Ja, ja. Okay, ist gelupft. Himmel. Himmelwiegel. Himmelschlaf. Himmelbett. Ja. Ah! Dosenöffner. Ja! Oh! Pinocchio. Ja! Das ist dieser eine Begriff. Fahrrad. Schaukelpferd. Ja! Da fahren wir richtig schön nach Hause, die Nummer hier. Ich muss den Händen angucken. Comedy Lost bin ich. Oh Gott. Regenschirm. Galgen. Hängen. Hängen. Äh, äh. Ich weiß, er ist. Totgelacht. Ah, warte. Totgelacht. Tot. Totlachen. Tothängen. Tot. Tot. Sterbe. Galgen. Galgen. Zweites Wort. Galgenhumor. Ja. Das sind so dumm. Galgenlachen. Oh, mein Gott. Zombie. Nee. Okay, gut. Ja. Ey, nicht schlecht. Ah! Eins, zwei. Es tut mir so leid, Bianca. Aber das war noch nicht dabei, das andere. Vielleicht ziehst du es jetzt. Dann sag ich so, aah! Nee, ich zieh es einfach gleich nochmal. Sehr gut. Das war sehr gut. Galgenlachen. Todeslustig. Todeslustig. Ready? Ja. Okay. Und go. Mach es kompagnierd aus. Zweites Wort. Trinken. Wein. Zweites Wort. Erstes Wort. Trinken. Krug. Weinkrug? Weinglas? Vitus. Brandwein? Heißwein? Glühwein! Oh! Oh, stark. Brandwein auch. Ist auch schwer. Glühwein ist nicht so leicht. Kannibalismus? Ja. Sehr gut. Das hat der Vorteil, wenn man die Wörter schreibt. Ja. Das ist gut. Wir haben alle ja die Wörter schon mal. Ja, ja, ja. Das ist absolut fair. Puls? Herzschlag, Puls, Ader, Pumpen, Pumpe, Messen, Messgerät, Blutmess, hä? Okay. Achso, was darfst du dich so leicht? Es ist wirklich so, dass man nicht wissen darf, was es war irgendwie. Das kommt ja gleich noch. Das sehen wir noch. Aber was ist... Okay, ne, wir werden schon alle schaffen. Okay. Mann. Gut. Darf ich die mal hier so jetzt? Ja. Anders kriegt man die da überhaupt nicht raus. So. Auf die Plätze fertig los. C. Man darf keine Geräusche machen, oder? Nee. Kuh. Gras. Kleine Kuh. Schwein. Schweinchen. Verrücktes Schwein. Hä? Warte. Schweinchen. Zweite Wort ist... Na, Schwein. Erste Wort ist... Verrücktes... Partyschwein? Was ist das? Oh, ich hab's vergessen. Äh, Loco... Loco-Schwein. Ja, ähm... Verrücktes... Angstschwein? Angstschweiß? Äh, nein. Scheiße, ich weiß das Wort nicht. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Du bist... So fühlt sich das also an. Ja, so fühlt sich das an. Dummschwein bin ich. Wildschwein. Oh. Okay, ja. Egal. Dann ist mir das nächste leichter. Mist. Mist, hab ich vergessen. Wo waren da die Hauer? Was? Wie macht man das? Ah ja, so. Oh, die haben doch seit die Hauer. Ja, so. Ja, aber Schwein hattest du ja schon. Ja, das stimmt. Wie viele Schweinesorten kennst du? Ja, das stimmt. Und ein dummes Schwein. Ich war bei dem Schwein hängen geblieben. Okay. Okay, das kann ja jetzt nur besser werden. Ja, ja. Dann ich noch mal sehe, klar. Okay. Okay. Wenn du fertig bist, mach. 3, 2, 1, go. Go. Wildschwein. Ah ja. Ein Blutdruck. Ja. Jetzt weißt du den Begriff. Der kann man nicht. Ach so. Ah ja. Hä? Was? Was war das? Das war Wildschwein. Ja, aber das kannst du machen. Hol dir den Punkt. Ja, jetzt. Ja, komm. Komm, die geht nach hinten. Okay. Hase? Angsthase. Ja. Stark. Ja. 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 Okay. Partykatze. Partykätzchen. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Sag mir genau an mit dem Fingern. Okay. Zweites Wort ist Katze. Kätzchen. Tiger. Katzenartiger. Partytiger. Wie das? Ja. Partylöwe. Ja. Oh nein. Oh nein. Nein. Partytiger. Partytiger. Oder Fruchttiger. Wirklich. Oh Gott. Das will ich mir. Ei, ei, ei. Partytiger. Partytiger, oder? Partytiger. Partytiger, ja. Okay, drei Begriffe sind noch da. Die werden wir wohl nach Hause holen. Ja, sicher. Nee. Doch. Nee. Auf die Plätze, fertig, los. Oh. Vergiftetes Essen. Keine Geräusche hier. Äh, Zombie. Giftcocktail. Cocktail? Gift. Okay. Zweites Wort ist Gift. Pilz. Ja. Zusammen? Giftpilz. Ja. Ja. Krass. Gut. Oh, gut. Oh. Angst. Furcht. Ekel. Ich. Die. Angst. Vor denen. Was? Das kann ich nicht. Ausschlag. Pickel. Eine hässliche Fresse. Glänzende Speckhaus. Aber was ist? Ähm. Ekel. Äh, gestang? Ja, ich weiß nicht. Das ist schwer. Aber jetzt, die kriegen wir. Ja, ja. Die kriegen wir. Auf keinen Fall kriegt ihr das. Das ist nicht machbar. Ich bin gespannt. Das ist nicht machbar, das eine Wort. Hast du das jetzt mitgenommen? Nö. Also, ja, okay. Ach, du liebes Bisschen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist nicht machbar. So, ready? Mmh. Mmh. Reden. Herzinfarkt. Ekel. Ekel. Furcht. Nee, Angst. Empörung. Peinlich. 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 Wenn man es langsamer ausschüttet. Reden. Ähm. Blödsinn. Blödmann. Sorry. Weiter. Ein blöder. Erstes Wort. Blöd. Nee, Mann. Erstes Wort. Mädchen. Mmh. Keine Ahnung. Vorsicht jetzt. Keine Ahnung. Ich hab's auch so versucht. Unbekannter. Unbekannter. Fremder. Fremdscham. Ach du Scheiße. Was das? Wildschwein. Wildschwein. Ja. Und das Wildschwein am Ende noch. Und Wildschwein am Ende. Sehr gut. Okay. Jetzt können wir euch zählen. Fremdscham ist wirklich schwer. Das war ich der. Ich wollte die und wir sind Fremd. Das war Hammer mit Fremd. Das hast du gut. Ja, das ist schwer. Fremdscham ist schwer. Eins. Zwei. Zwei. Zehn. Ich würd sagen, es ist Gleichstand. Weil du weißt, dass es 20 Begriffe sind? Ist nicht so schlimm. Wir müssen die eh wieder zusammenfalten. Deswegen könnt ihr gern noch mal zählen. Und damit ist ja schon toll. Die erste Runde schon mal unentschieden. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja noch drei weitere. Das heißt, wir müssen die vierte auf jeden Fall spielen. Wir haben unseren Vorsprung verspielt. Mist. Stimmt. Jetzt ist was mit Geräusch? Runde zwei. Ein Wort. Man darf nur ein Wort sagen. Und man darf wirklich nur einmal raten. Das erste, was man rät, ist Gesetz. Wenn das falsch ist, wird's weggelegt. Wie? Man darf nur einmal raten? Ja. Du musst dir das Wort gut überlegen. Und man darf wirklich nur einmal raten. Ansonsten würde man ja alle durchraten. Aber das Wort darf natürlich nicht ... Nein, natürlich nicht. Ja. Genau. Wir haben wieder eine Minute. Also, ich mach nur ein Wort. Ein einziges Wort. Okay. Okay. Und wenn du es nicht errätst, dann tu das wieder in die Dose. Ich werd irgendwas sagen. Wenn das falsch ist, legst du es an die Seite. Okay. Okay. Das kommt dann aber wieder rein. Das ergibt am Ende alles Sinn. Vertraut mir. Auf die Plätze fertig los. Zum. Ein Wort. Ach so. Das war das Geräusch. Ach so. Ich bin so dumm. Ravioli. Dosenöffner. Das funktioniert. Genau. Ja, 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 ja. Okay. Jetzt hab ich's gecheckt. Sorry. Zum. Sommerfrucht. Wassermelone. Man baut so Insider auf. Das funktioniert. Ja, ja, ja. Puderzucker. Party-Löwe. Nein, 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 nein. Da wollen wir. Da sprechen wir nochmal. Da sprechen wir nochmal drüber. Ähm, Hauer. Wildschwein. Na? Ähm, ähm. Ähm, wie heißt das? Ähm. Ähm. Oh, ja, nee, äh, es ist so dumm. Es ist so einfach, aber. Egal, ja. Das heißt, die, die wir richtig haben, genau. Wie heißt das Gerät? Die kannst du schon mal mitnehmen, unsere, genau. Perfekt. Ich glaub, wir müssen erst mal was reinfinden. Ich glaub, du bist rein. Das, was nicht erraten wurde, kommt wieder mit rein. Ja, ja. Aber man darf. Alle liegen draußen. Tabu-mäßig. Man darf natürlich nicht ein Wort benutzen, was im. Nein, genau, genau, ja. Okay. Okay, dann läuft die Zeit. Und bitte. Nase. Warte mal. Nein, fucking ernst. Wie, tut sich? Ähm. Warte. Nase. Nase. Mhm. Oh, ich hab mein kurzer Gedächtnis noch. Ui, das ist erstaunlich. Scheiße. Das ist wirklich, äh, du hast alles getan. Das hatten wir eben im Beispiel, genau so, eins zu eins. Eins zu eins war das gerade unser Beispiel. Ach, Pinocchio. Wow. Wow. Oh mein Gott, ich war so bei Schweinen. Ich so, was? Wildschwein, hä? Ähm, Hannibal. Ah, Kannibalismus. Hannibalismus. Das hätt ich, ja, stimmt. Komm, das schau mal. Comedy. Äh, Geigenhumor. Ja. Oh. Oh, stark. Komm, den schau mal auch noch. Weihnachtsmarkt. Glühwein. Oh. Noch eins. Äh, peinlich. Ja. Schade. Peinlich. Sehr gut. Wenn du eine Darsteller dabei zogen, hättest du die richtige Punkte machen können. Eieieiei. Da steh ich so auf dem Schlauch. Das ist ja unglaublich. Das wär sonst ein Punkt, ein Punktvorsprung, den wir nicht mehr hätten einkommen können. Okay, dann auf die Plätze, fertig, los. Arzt. Blutdruck. Ja. Peinlich. Fremdscham. Ja. Hand. Hand. Sag sonst irgendwas. Sprudelwasser. Ähm, 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 Sprudelwasser. Spielzeug. Spielzeug, äh, ich weiß es nicht mehr. Äh, 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 Auto. Mann. Feier. Partylöwe. Ja. Und over. Scheiße. Oh Gott, wir, wir haben... Oh, man steckt dann doch mehr auf den Schlauch, als man steht insane auf den Schlauch. Man kann sich auch irgendwie an alle erinnern, die man hatte in der Runde davor. Spielzeug. Okay, ich wär soweit. Okay, dann let's go. Und go. Mhm, das ist schwierig. Ähm. Ein einziges Wort. Ja. Bunny. Angsthase. Ja. Ah, Moment. Bunny ist Hase auf Englisch. Stimmt, du spielst wohl. Man kann's ja mal probieren. Teig. Hä? Ich weiß das nämlich auch nicht. Doch, ich weiß es natürlich, jetzt weiß ich auch, was du meintest. Ach, scheiße. Teig. Ja, ist untergegangen. Ja, Backofen. Mhm. Nächster. Nee, ich darf nicht nochmal. Ach so, scheiße, stimmt. Hand? Weg mit der Hand. Fingerspitzengefühl. Ein Wort nur. Ja. Ja, weg mit der Hand. Oh, Fingerspitzengefühl. Jetzt wüsste man nicht reden. Nils. Familie, ein Oberhauptvogel. Ja. Papa. Schlafen. Himmelbett. Ja. Oh. Janker, ey. Sehr gut. Maschine bist du. Oh mein Gott. Alle diese Begriffe hier, ne? Ja. Mir ist kein, bei Angst hast du, ich hab, mir ist kein Begriff eigentlich, wie ich ruhig das sage. Auf die Plätze. Oh, ruhig. Fertig. Los. Ähm, Kinderzimmer. Schockepferd. Ja. Ja, sag das doch gleich, Johanna. Oh, nicht schon wieder. Ähm, 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 ähm. Glück. Sprudelwasser. Ja. Ja. Was war das eben? Auch. Ähm, ähm, Schütze. Sternzeichen. Ja. Easy peasy. Oh, krass. Oh. Warum Schütze? Ähm. Ähm, tödlich. Klingpilz. Giftpilz. Ja. Mein ich doch, mein ich doch. Hey, das sind wir gerade. Da sind wir gerade. Hey, mein Gott. Äh, Puderzucker. Waffeleisen. Richtig. Teig. Ah, das war der Teig. Ja, ich, jetzt hab ich's. Ähm, ähm, ähm. Horrorspiel. Och, Eddie. Angsthase. Ja. Oh mein Gott. Dank. Das war noch cool. Und, äh, oh. Krass. Was ist das letzte? Als wäre da jetzt ein wirkliches Horrorspiel drin, was ich erraten müsste. Dabei weiß ich, das ist natürlich kein Horrorspiel. Lassen wir, äh, Fliegenpilz, Giftpilz? Ja, komm. Ja. Also, ein Fliegenpilz ist ein Giftpilz. Also, insofern. Naja, das können wir am Ende nochmal einzweifeln. Ich verstehe, dass, dass es nachher zur Diskussion kommen wird. Nee, das ist schon okay so. Wie enttäuscht und Horrorspiel. Och, Eddie, komm. Okay, drei, zwei, eins. Hey, jetzt sonst was drin. Kannst dir Zeit lassen. Ja, das stimmt. Das perfekte Wort jetzt für diesen Begriff. Das perfekte eine Wort. Wir können auch die Zeit mitnehmen. Wenn du was hast. Könnt ihr euch anrechnen lassen. Doch, ist ja unfair. Wir haben ja sonst nix. Dieses Spiel erweitert sich, je länger man... Ja, ich... Fangt ihr schon an? Ja. Manipulation? Oh, nee, das ist... Doch, ist gut. Aber ich weiß auch, was es ist. Ich nicht. Ich weiß gar nix. Manipulation, ja. Mhm, 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 mhm. Manipulation, Manipulation. Oh, nee. Ich darf eh denn ja über sein enttäuschter Blick. Das ist... Mach mich fertig. Ähm... Fünfzehn? Ja. Ja, weiter, probier. Musst du mir schon helfen? Ja, ich helf ja schon. Ähm... Nee, kommen wir nicht drauf. Ey, wenn wir uns nicht... Dann darfst du noch mal. Du wirst es vielleicht geraten, oder? Du brauchst gar nicht aufstehen. Na gut, dann holen wir uns den Punkt. Gehirnwäsche. Ja. Oh, schön. Toll. Hättest du irgendwie... Ich hab überlegt, hypnotisieren zu sagen, aber irgendwie ist das ja nicht Gehirnwäsche. Ja, das stimmt. 13, das ist unser Punkt. Den Fliegenfilz können wir euch zurückgeben. Wir haben trotzdem. Die Runde geht an uns. Ja. Wir sind nur gönnerhaft, wenn wir wissen, dass wir Haushoff gewonnen haben. Ja. Ups. Also hier nochmal alle kurz rein. Ja, aber wir müssen ja wieder... Also es steht 2 zu 1. Ach so, machen wir. Aber es ist noch nix entschieden. Okay, dann würde ich es mit dem Geräusch versuchen. Und dann sage ich auf die Plätze fertig, los. Warte. Schaukelfertig. Ja! Alter! Gut. Gut. Waffeleisen? Nein. Scheiße. Ich weiß es. Angsthase. Ähm. Ja. Äh, Angsthase. Ja! Oh! Oh, nicht schlecht. Ja! Didi. Didi. Ähm. Sag irgendwas, nicht so schlimm. Äh, äh. Didi. Giftpilz. Ja, woher weißt du das? Richtig. Didi. Oh. Jetzt ist das dumm, das Geräusch. Oh. Ja, das ist dumm. Oh, Mann. Das ist echt schwer. Upsi. Naja. Aber wir hatten Schaukelpferd und Angsthase. Boah, das ist ja schwer. Das kann ja ewig dauern. Oh Gott, oh Gott. Ja, vielleicht werden wir es bei zwei. Äh, bei zwei. Wie willst du denn Giftpilz per Geräusch machen? Naja. Hab ich schon. Geht schon. Doch, da fällt mir was ein. Ja? Da bin ich mal gespannt. Okay. Äh. Ich hab Sprudelwasser. Hä? Ah, doch. Ich könnte... Ja, Sprudelwasser? Nein. Oh, das wäre auch schön. Ich würde einen schönen Rülpser hören bei Sprudelwasser. Keine Hand. Sorry. Du hast eine? Ja. Hallo. Komm, das zählt. Ja, okay. Wenn euer... Ja, ja. Oh, das ist schwierig. Partylöwe? Nein. Hier wird sich nichts... Wassermelone? Sorry. Wassermelone? Ja. Das ist aber jetzt hier schon nah am Schummeln. Also... Tut mir ja leid. Geigenhumor? Ja. Das ist nur fair, dass ich den jetzt nicht benutzen konnte. Ui, 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 ui. Ich muss meine Hände hinter mir verschränken, glaube ich. Das ist heute alles ein bisschen... Wir floaten ein bisschen free, Leute. Euer kreativer Haust, klar. Rocket Beans. Ja. Aufs Plätze fertig, los. Ja. Ähm. Sch. Himmelbett. Ja. Boah. Gut. Brrrr. Oh. Brrrr. Brrrr. Sag mir irgendwas. Kannibalismus. Nein. Fein. Und dann gesnackt. Und dann gesnackt. Brrrr. 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 Wildschwein. Nein. Sehr gut. Achso, der würde mal ein anderes Geräusch machen vielleicht. Brrrr. Wie ein Oberpfogel. Ja. Sehr gut. Jede Runde. Da wäre ich niemals rumgekommen. Oh. Warst du das schon? Nee, das war so nicht... Ähm... Ich hab... Das ist nicht machbar. Da hab ich aber jetzt auch irgendwie erraten. Ich hab Angst. Das wird immer schwerer. Das sind Wörter, die kannst du eigentlich als Geräusch. Und das, obwohl wir sie kennen oder kennen sollten. Ja, aber das sind halt Sachen, die keine Geräusche machen. Dann musst du eine Assoziation damit. Und wir müssen dann hoffentlich die gleiche haben. Das ist natürlich nicht so leicht. Egal, wir schauen uns. Okay, Reiz 1. Wildschwein. Ja, das wäre das naheliegende Geräusch bei Wildschwein. Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Sprudelwasser. Weg. Einfach wieder in die Mitte. Das ist sehr ähnlich. Sprudelwasser. Ich wollte das jetzt mal. Angsthase. Nee. Nee. Nee, Vitus. Das war nicht gut. Süß. Doch, ich weiß sogar was. Kannibalismus. Nee, ich hab wirklich nur ein ganz kleines Herz genommen. Kannibalistische Kind. Ganz kleines bisschen geknägt. So, ganz kurz. Was ist das? Was ist das mit eurem Frimflip? Ja, sorry. Das wusste ich nicht. Was soll das sein? Das war sehr gut. Sehr gut. Das wird schon richtig schwer jetzt für uns. Also ein paar Leichen gibt's hier noch. Das mit dem Sprudelhaus. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Gut. Gut. Oh, ich weiß jetzt, was du hattest. Du hast es ganz anders gemacht. Jetzt zählst du mir erst auf. Gut. Gut. Sternzeichen? Nee. Partylöwe. Ja. Ich hab schon vergessen, wann, wo, was war. Piep. Piep. Blutdruck. Nee. Hä? Ja. Nein, auch nicht. Ähm. Äh, Wasserdampf. Nein. Mann. Ja, raus. Fremdscham. Nein. Ich hab auch vergessen, wie du es eben gemacht hast. Das ist ja wirklich eine Tortur jetzt mittlerweile einfach nur. Um Gottes willen. Oh Mann, ey. Das tut mir so leid. Du hast es dir so gesehen. Nervt. Doch, es waren ja gute Geräusche. Irgendwie nur, wir kriegen es hin. Ready? Ja. Und go. Fremdscham? Ja. Das war auch ein bisschen geactet. Bisschen geactet. Sorry. Sorry. Ja, Pinocchio. Ja. Das war die lange Nase, die wächst. Das war dein Frr, oder? Nein. Oh. Das wäre dein Holzfrr. Kannst du noch mal? Ja. Nur das Geräusch. Nur das Geräusch. Oh. Das muss vor so einer Wand stattfinden. Ja, hinter so einer Schattenwand. Sei irgendwas? Nee, ich weiß nicht. Sei irgendwas. Angsthase. Hör mit deinen Händen auf. Waffeleisen? Nein. Hä? Nein. Nein. Ich verstehe euch alle nicht. Ich weiß nicht, ob ihr dasselbe meinen. Ich glaube schon. Ja? Ja. Was? Ein gutes Geräusch. Nee. Sorry. Das ist unglaublich schwierig. Boah. Unglaublich schwierig. Das haben die gleichen Begriffe, die ich schon mal hatte. Aber das war es schon mal gut. Oh Mann. Das war es schon mal gut. Wie sicher ich mir auch war manchmal. Wie schwer kann es werden? Nee. Na, wir werden es sehen. Bereit? Ja. Ja. Waffeleisen. Ja. 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 Was? Okay. Hm. Oh. Ich weiß, es war nicht so. Aber. Gehirnwäsche. Ja. Oh mein Gott. Ach so. Die meinten alle komplett unterschiedlich. Ja, aber wirklich. Komplett. Glühwein. Ja. Oh. Das war eben mein Unfremdschirm. War ich besoffen. Ich wollte einfach nur besoffen sein. Komm. Häää? Nerdquiz. Warte, was ist auch da drin? Oh nein. Fingerspitzengefühl. Ich habe es rausgehauen schon. Oh. Oh. Nein. Der Hitschberg. Das ist versucht. Keine Ahnung. Nimm unsere guten mit. Gut, gut, gut. Die guten. Die guten. Du, wir verrennen uns komplett den Verräuschen. Alle meinen was anderes. Ich bin gespannt, wer immer es errät. Ja. Irgendwann hat man es so oft gesehen, dass man weiß was. Aber Gehirnwäsche. Ich dachte, das ist am Ende das zerquächtige Gehirn. Ja. Zombie-Girn. Ja. So stelle ich mir das Geräusch vor, wenn man ein Gehirnwäsche. Schön gut durchschäumt hier. Okay. Okay. Alright. Okay. Drei, zwei, eins. Fingerspitzengefühl. Ja. Nein. Das war mein Din. Ich wollte diese Fingerspitzen machen. Ach so. Tick, tick. Tick, tick. Das war schlecht. Giftpilz. Nee. Stimmt. Tic, 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 tic. Gefilft. Oh! Wie gemein! Bling! Oh, ich weiß es! Machst du noch mal? Bling! Scheiße, da musst du mir was anderes gleich überlegen dafür. Sag was, dann mach ich das andere noch mal. Gedankenblitz. Oh nein, ich hab schon wieder Scheiße gemacht. Wildschwein. Next, next, next. Du musst weglegen. Okay, sind wir noch zwei? Ich glaube, ich weiß eins, was du vorhin hattest. Eins ist das Schwere, woran wir bislang alle gescheitert sind. Zwei Begriffe sind noch da, die holen wir jetzt nach Hause. Auf die Plätze, fertig. Ich sag nicht genau den falschen. Sternzeit. Ja, du hast Schützen gemacht, ne? Jetzt check ich das ehrlich. Insider! Ja! Blutdruck. Das hab ich auch gemacht. Da hast du das Wildschwein draus gemacht. Ich dachte, das wär so, wenn jemand läuft. Du hast sogar noch so... Ich dachte, das wär ein Hufen. Schade. Dann haben die gewonnen, ne? Ja. Wir haben zehn, aber dann haben wir eins verloren. Okay. Vier, fünf, sechs, acht, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah! Da war eins zusammen. Ja. Oh, also zehn, zehn? Zehn, zehn. Naja, aber wir haben ja letzte Runde gewonnen. Wir haben auch keine Zeit mehr, ne? Ne. Ne. Aber Leute, das macht nix. Aber was heißt das jetzt? Das heißt, wir haben gewonnen. Ja! Stark von uns. Aber ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Ihr habt euch sehr gut geschlagen. Ihr habt euch sehr gut geschlagen. Ja, danke, 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 danke. Toll. Runde vier mit den Gesichtsausdrücken, ja, liefern wir vielleicht irgendwo nach. Part zwei. Part zwei. Einmal Waffeleisen. Waffeleisen als Gesicht. Sternzeichen. Ja, genau. Giftpilz. Giftpilz. Und Partylöwe. Ja. Ja, genau. Das war so ein kleiner Löwe die ganze Zeit so. Kätzchen, Baby-Kätzchen, meinst du Kätzchen? Kattetiger. Nope. Ja. Okay, Leute. Das war ein Experiment. Ja, Johanna Edition. Ja, genau. Charade Johanna Edition. Wenn euch das gefallen hat, liked das mal. Liked das. Und ja, liked im Sinne von so. Und schreibt einen Kommentar. Fingerspitzengefühl. Das hilft uns, hilft dem Algorithmus. Schreibt Wörter rein, die zum Beispiel cool sind. Hauptsache, wir haben ganz viele Kommentare unter einem Dubus-Video. Das wäre natürlich hammergeil. Ansonsten sagen wir an der Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bussi, Baba. Baba. Gesellschaftsspiele sind? Drum. Geil. Super. Oh nein. OK? Muziek. Untertitelung des ZDF, 2020